Beteilt euch hier mal wieder auf der Position nach Nord und Süd. Wir haben zwei im Norden, der Rest bitte nach Süden runter. Sobald einer eine MSP hört, sofort Meldung machen. Okay, nach Süden runter, die sind im Süden. Straße runter, ganz frech. MSP kommt, MSP kommt. Bio, unsere Aufgabe, wir beide hin, der Rest geht nach Süden. Die fahren noch. Verstanden. Südwestlich hier hat sich festgefahren. Ich drücke ran. Gleich hin, gleich hin. Das wird heiß, wenn die jetzt absitzen. Es ist voll. Ich habe keine Sicht, leider. Da hinten. Granaten, wenn du kannst, ich decke. Wir haben sie alle. Sicher? Hinten könnte noch einer liegen. Hinterm Perk. Ja. Werde ich noch umsetzen oder soll der da hinten bleiben? Alle tot, alle tot. Bio, komm ran. Okay, wir haben uns MSP und wir schalten es gerade aus. Was hast du dran gebaut? Haft. Ja. Haftet besser als die dritten, hör mal. War eigentlich schon fies, aber gut, so kann man es machen. Vor allem, da sind ein paar einfach erst nicht abgestiegen. Ja, die haben gar nichts Kraft. Die waren, die waren geistig. Einfach, dann habe ich immer die beschossen, die gerade ausgestiegen waren. Gruppe 2 von Gruppe 3. Bleibt ihr bitte kurz mal am Punkt, wir klären im Süden gerade das MSP auf und kommen gleich nach. Halbkette, Halbkette auf der Straße. Draufhalten, draufhalten, draufhalten. Auf keinen Fall das 5. Kälbe setzen lassen. Schöner Schuss, Schiefbrecher. Der fährt doch noch, oder? Der fährt noch. Weit unter drücken, wir gehen ran. Kate, musst du jetzt gleich ein Datum dran setzen. Ja, natürlich. Halbkette im Süden ausgeschaltet. G4 einstehen. Ja, nachher ist es zu früh gemeldet, aber... Du setzt was dran, Wade, wir drücken schon mal weiter, wieder Richtung Osten. Jawoll. Ladung sitzt, alle in Deckung. Verstanden. Halbkette ist weg. Südost. Ich habe keine Munition. Ich bin weg, Wade, weg. Wer hat für euch Munition? Hast du Munition mit C? Feindtrupp aus West, Feindtrupp aus West. Schnell, 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 schnell. An der ausgebrannten Halbkette, drumrum. Norden, Schaf, Süden, Schaf. Ich danke dir. Norden, Süden, Süden. Norden, Süden. Süden, Süden. Hast du gehört, Warno? Rund um die Halbkette, du hast ein Feindtrupp. Ja, ja, ja. Ich komme aus dem Wald. Komm, probiere, ich brauche die Stränge. Ja, danke. Schnauze. Der schießt doch noch. Frage, soll ich nach Westen drücken und gucken, was abgeht? Oder soll ich nach Osten und versuchen, Rallys Heiß, Rallys Heiß? Ah, klar. Okay, hat sich damit zu. Ich war da. Ne, nope, nope, nope. Habt ihr den da hinten, da kann ich... Dann, ich hole dich jetzt hier hoch. Warte mal, da ist noch ein kranker Truck hier nah. Bums Bus ist durchgefahren. Ist wieder frei. An der Kirche, euch Gegner. Danke dir. Äh, Wade, nochmal kurz wiederholen, was alles eben war. Ich muss kurz lauschen. Ich habe hier einen im Busch. Ja. Nach zu dir. Bei mir kommen sie irgendwie einzeln, das ist ganz komisch. Feind von hinten. Auf der Straße. Ich schieße doch irgendwo nah an der Grieße an. Ich schieße doch irgendwo nah an der Grieße an. Ja, ich glaube, es war ich. In 30 Sekunden bei dir, Welt, hat dir jetzt viel los. Da ist doch gerade ein Fleißfahrt zurückgeworfen. Ja, hier ist viel los. Aber es ist sehr verworren hier. Pass auf, links, direkt hinter der Hütte da in den Büschen waren Bar. Ich weiß nicht, ob das tot ist. Okay, es liegt hier. Der ist schon mal hinter sich. Ich habe es. Hat aufgegeben. Ah, es ist weg. Trop 4 drückt nach oben. Ich check einmal die Windmühle ab. Dann müssten wir mal auf den Punkt gucken, weil das sterben. Die kommen jetzt vor. Drei Mann. Vor mir lief einer. Im Süden, das mittelste Haus. Da ist ja kein Rettmühle. Rund um die Windmühle ist was. Dann ist auch was in der Windmühle. Zwei erwischt. Die kamen von hinter uns. Ja, vom Haus kommen sie. Die Straße runter hier hinten. Das ist aber was mit Trop 4. Nordwestlich von Trop 4. Ich gebe meine Windmühle. Ja, klar. Ja, ich glaube. Mein Retter. Schuhe. Entschuldigung, war gerade in Action. Ich muss erstmal ein was trinken, dann komme ich. Der Feind versucht in die Kirche zu gehen. Nichts verstanden. Ich bin Stadt verseucht. Stadt verseucht. Rattenpest. Ach du scheiße, das geht da oben ab. Von uns direkt im Graben hier. Hab ihn. Alter, der ist ja wahnsinnig. Der rennt da einfach rein. Ich versuche ein Wunder zu wirken, da oben im Nordwesten. Wunsch mir Glück. Ja, drück die Daumen. Ich umlaufe denen jetzt die Rallye-Bude und mach die weg da. Unbedingt. Ich... Keine Ahnung, wo die herkommen alle. Nordwestlich. Bei Wälderinnen. Da, wo Wälderinnen steht. Ja, aber am Rallye wird man auch schon beschossen. Scheiße, das wird ein teurer Spaß. Viele Feinde bei der Windmühle. Auf meiner Leiche sind zwei Stücke im Busch. Feindrallye bei der Windmühle ist weg. Einer. Da liegt eine Ladung bei dir, Wälder. Ich weiß, ich hab die gelegt. Ich hab leider keine Granaten mehr, also muss die Ladung her. Ich bin Rallye. Alles klar. Da ist ein Getriebesmittel. Bei dir auch? Ja. Aber dann haben wir ja gerade zwei Feindrallye ausgeschaltet. Jetzt müssen wir noch die Feinde ausschalten und dann... Hier ist doch irgendwo ein Scharfschütze. Hört ihr den? Ja, ich hör den, aber ich kann ihn nicht so ordnen. Knapp. Auf jeden Fall verscheucht. Ob ich ihn getroffen hab, weiß ich nicht. Das Haus bei Wäldern ist... Oh, er liegt ja noch. Amerikanischer Bunker da oben. Ich hab den Kommandanten ausgeschaltet. Was ist denn bei dem Panzer, oder was? Kommandant, mit Jeep. Jawohl. Er ist weg und hier ist noch ein Trupp. Super, super. Aber den nehm ich mir jetzt vor. Also eins nach dem anderen. Pass aber auf, wir haben geschlagen. Dann markier ich mal vor dir. Oder? Ja, genau. Ja, ja, da sollten welche sein. Da ist doch schon einer. Er hat sich noch umgedreht. Hihi. Info, wir haben keinen Commander. Brauchen wir nicht. Wir haben drei Kilo Ladung und Schießbecher. Da kann keine Stuka mithalten. So, ich hab hier grad vier Leute ermordet. Hier ist ein... Er hat die Logi was gebaut und steht ein Logi-Truck. Genau meine Position hier. Ist nicht klar. Achso, jetzt alle tot. Ich hab den Find-Rally bei mir. Ich hab leider keine Granaten mehr. Find kommt von... Kann keinen gerade hinschicken. Ist alles zu weit weg. Ja, keine Chance. Die kreuzen... Warn den Panzer. Da kommt Infantrier an die ran. Hier in den Graben rein. Aus dem Panzer, es kommt Infantrier an die Schauen. Aus dem Westen. Wir sind nicht rechtzeitig da. Du kriegst jetzt Infantrier-Panzer. Bewegt dich am besten schnell weg da. Der soll ja südlich fahren. Der soll südlich fahren. Dann fangen wir das an. Pass nach Süden schnell raus. Ja, die sind schon dran. Scheiße. Die sind an dir dran. Das ist die Bazooka. Das ist die Bazooka. Bazooka ist tot. Da ist jetzt noch ein Bionier dran. Ich weiß nicht, ob da noch mehr dran ist. Da ist noch mehr dran. Ich muss den retten. Ich laufe. Okay. Wir müssten den haben, den Zapper. Ja? Dann holen wir den Kommandanten hoch. Wir holen dich hoch, Banzai. Halt aus. Auf jeden Fall, ich hab mich hab's in der D erwischt. Hol den erstmal hoch. Hol den erstmal hoch. Soll ich nicht dich holen? Nee, ich geh offen. Er nicht. Bitteschön. Pionier und Bazooka ist tot. Nichts wie weg mit euch. Bei der Kirche. Feintrupp bei der Kirche. Die, die gerade am MSP-Phone vorbeigelaufen sind, scheiße. Ja. Bei einem schon erwischt. Ich laufe mal hinten rum. Jetzt ist die da wieder bei dem Washington. Ich brauche euch aber auf den Punkt. Die rennen jetzt hier gerade von Nordwesten rein. Hier ist schon wieder ein Radio-Jeep. Wie heißt das? Ich gucke gerade an der Tür. Alter. Einer hat mir gerade zwischen den Beinen durchgeschossen. Ah, der trifft eh nicht, der Idiot. Im Kirch... Im Friedhof ist noch einer bei der Kirche. Oder hinter der Kirche. Das ist ganz komisch. Äh, Kommando-Jeep ist zerstört übrigens. Gut. Die haben... Ich verstehe gerade nicht mal. Ich habe gerade zu viel Schuss. Oh, fuck. Sorry, sorry. Gut, dass ich nicht schießen kann. Ach, Mist. Alter, hier geht so viel Tracer durch. Nein, zu heiß. Ach, wenn du vor hast, Granaten... Granaten brauchen wir. Chromer ist tot. Gloreich. Ach, sehr gut. Ja. Okay, eine für euch. Eine für euch. Hier zu weit, ich für Notfalle... Ja, Flex, lass mich lieben. Ist gut. Okay. Ich gehe nach hinten, dann ruhe ihn. Ich probiere mal einen Trick. Hast du Munition? Hast du Munition? Sofernig? Das ist gerade so ruhig. Das drückt mein Freund. Natürlich drückt das. Ja, die Fop unten... Weißt du, wie viele da eben gerade waren? Die Fop unten drückt es. Dann kommen sie sich nach. Hoffentlich. Ja, ja. Kate, kannst du da mal hin hinzügen? Ja, ich komme jetzt. Ich bin jetzt hier ein bisschen weggegangen von der Fop. Und wenn da jemand kommt, dann knall ich ihn ab. Hier sind extrem viele Tote. Ich laufe einmal noch den Graben ab. Genau deswegen. Ab geht's. Nice one, man. Nice one, der war geil. Naja, bin ich auch hauptsache tot. Die sind wieder in der Stadt, Nutella. Die sind schon durch. Mach jetzt mal die Fop weg. Ja, ich kaufe mir die Fop, hole dich. Dann holen wir uns die in der Stadt. Ja, ich habe nur noch einen Schießbecherschuss. Fop hat nicht mehr lang zu lachen. Wollt ihr mich verarschen? Da ist keine Munition im Graben. Die Fop ist kaboom. Ich mach erst das NG weg. Das steht hier direkt vor uns. Ja, ja, da vorne ist dieses Logistik-Emplacement. Da musst du gucken. Da habe ich vorhin Schießbechert wie Hölle. Grüße. Sag dem Panzer mal, er hat ein AT am Arsch. Okay, ich komme. Lieblich, jawohl. Glaub mir, glaub mir. Meine Fresse, ich wusste, dass deiner sitzt. Ich habe ihn weggemächtigt. Ich sehe den Feind irgendwo raus. Oh ja, machen wir ihn platt. Ich habe nichts, ich habe die Granaten. Ich habe, ich habe, ich habe. Oh Gott, ich habe aber keine Ausdauer mehr. Ich sehe den Feind, der hat ja auch. Oh, da müssen wir erst mal hinkommen. Ich gehe von hinten dran. Ich bin schon dran. Geh rechts, der Fisch, ich sehe dich. Der muss weg, der ist viel zu nah. Gute Kanade, glaube ich, die reicht. Jawohl, sauber. Und rein in den Punkt. Jetzt Deckung. Links. Immer von rechts drauf achten. Oh, links auch. Direkt hier über diesem Hügel. Direkt vor uns. Das machen wir jetzt schön langsam. Der Panzer ist hinter denen. Das wird jetzt ein Massaker. Hier vom roten Rauch hoch. Vorsicht dich hier. Die Bazooka aus dem roten Rauch raus. Scheiße, okay, wir müssen jetzt rein. Das ist Deutsch im Graben. Wartschütze. Okay, Deutsch bleibt dran. Nice. Super tolle Runde, Jungs. Danke. Geile Runde.